Das ist der neuer oder ihr Prophet. Das ist der Prophet von denen. Und normalerweise, wenn du nur ihn siehst, nur von seinem Gesicht, du willst 100% sagen, dass er ein Lügner ist. Das ist kein Prophet. Er sagt, dass er tausendmal besser als Abu Bakr und Umar und Uthman und Ali ist. Sondern auch wenn die seine Schuhe putzen wollen, er lasst sie nicht. Er sagt, nein, braucht ihr das nicht zu machen. Subhanallah. Und die Sahabat, die von ihnen, er sagt, dass er tausendmal besser als die Khulafa, der Rasul, sallallahu alihi wasallam. Und dann habe ich gehört, oh, ja, Merzah. So, du träumst. Oh, ja, Merzah. Kun saburan. Sag dir, kun saburan. Sofa, nafragu laka qariba. Wir werden für dich alles. Wir brauchen ein bisschen. Wir werden für dich richtig Zeit geben. Und dann bin ich in dieses Saal gerichtet. Okay. Und dann auf einmal so, wie die Gericht gibt es auch so. Richter und die anderen, die ihm auch helfen. Das heißt, der schreibt so viele Akten und der gibt Allah Azzawajal. Ja? Allah ist erstaun. El-Kadie hat den Wot-A-Ik und hat gesagt, das heißt, El-Kadie hat den Wot-A-Ik und hat gesagt, Allah-Az-Wajib. Das ist ja, ich sage, es ist erstaun. Ist die Mirza da? Ist zwischen euch Ahmed Mirza? Ja, ist er zwischen euch Mirza-Eachmad? Und dann lieb ihm, nämlich Allah عز وجل war ein Stuhl der Freist, ja? Und dann, als ich nicht in Allah gesessen bin, dann bin ich wach geworden. Ich weiß nicht, jemand der so ist, so aussieht, da kann das sein, subhanallah, wie kann das sein? Warum hast du das gesagt? Hauhla wa lakwa sila, jahllam khalidina fieha.